Ja, wie alles im Leben kann derjenige selber dann nur gewisse Konstellationen empfinden, die er auch durchgemacht hat. Und dementsprechend kann man, wenn man das natürlich betrachtet, mit dem Wechsel in die Bundesliga dann natürlich in der Konstellation das letzte Länderspiel der DDR dann relativ schnell in die gesamtdeutsche Nationalmannschaft dann mit Lothar Matthäus auf das Zimmer, das müssen wir alles erst mal verarbeiten. Das ist ja überhaupt keine Frage. Hat der Lothar damals schon so viel telefoniert? Ja, ich muss mich rumstreiten. Der hat, wenn wir drei Stunden Freizeit haben, hat er zwei Stunden 59 telefoniert. Ich habe dann auch eine Minute gekriegt, sollte aber die Hälfte seiner Telefonrechnung mit sein. Das war immer nicht schön. ARD Text im Auftrag von Funk